Oh, ich wollte dir ein Geheimnis verraten, vor langer Zeit habe ich ja mal definiere Spaß gesagt und dann war ich der König der Welt und stößt ab. Okay, ich lese jetzt nicht mehr hier weiter, das ist dann wirklich ein bisschen zu viel. So, schauen wir uns mal ein bisschen an, wo wir überall hinkommen. Ich kann theoretisch auch den Weg entlang gehen oder ich gehe jetzt hier entlang. Wobei es jetzt ja fast interessanter wäre, hier lang zu gehen. Ich würde gar nicht wissen, wie die da runter kommen. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt? Ich probiere mal, ob ich da überhaupt runterfallen kann. Oder ob die jetzt einfach nur zur Deko hier platziert wurden. Alles fit, Kumpel? Wir haben fast keinen Platz mehr, bald werden wir hier ersticken. Hat er dann auch ein Chatspiel simuliert oder was? Dann stehen auf einmal 10.000 Leute auf so einem kleinen Fleck und wollen miteinander reden und haben nur kleine Sprechblasen, die sie am Boden verteilen können. Verrückt. So, ich muss aufs Klo. Bitte, erkenne mich doch. Oh Gott. Oh Gott, diese Notizen. Das sind wie bei Dark Souls. Alle 5 Meter, press this on. Das ist ein interessantes Bild. So ein typisches abstrakte Kunstbild, für das irgendein Idiot wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel Geld das geben würde. Und ich denke mir doch, okay. Das ist... Naja. Aber in der Größe auf jeden Fall, ja. Da hat es bestimmt den Wert. Allein der Materialkosten. Mach mal so ein Bild. Ich darf dir mal nicht gehen. Der 100 Meter Leinwand. Das ist nicht so billig. So kann ich jetzt hier mit den Schaltern malen. Komm, komm. Nicht. Schade. Nee, geschwind. Ach, man kann es doch ducken, aber rennen kann man nicht. Okay. So, hier bin ich. Ja, sind wir alle. Es muss aber einen Grund geben. Sehr entschreckliches Geheimnis hat er gut gehütet. Ich habe das Spiel geschafft. Hast du gar nicht. Das geht noch weiter. Mehr Räume. Auf der Ende des Levels, wir werden sehen das Puzzle wiedersehen. Und hier, ich will dir was, was ich denke, das Puzzle bedeutet. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, you know, he might find difficult, Coda can then place this puzzle, that he knows, has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Hilfe. Ist doch Quatsch, die zweite Tür geht nicht auf. Verdammt, wie löst man sowas? Programmierer, antworte, endlich. Und weil es diese dunkle Umgebung zwischen den Türchen, ein Raum zwischen den Spielen, bevor du weiterholtst, bekommst du einen Pause. Nur für einen Moment, ein paar Sekunden, um zu reflektieren und zu lassen, um zu gehen und die Ärzte, die dich hier hier lieben. Um zu stecken und die Päste zusammen zusammen zu verbinden, um zu erinnern, 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 um zu erinnern. Gehe zurück zum Schatz. Bis später, Leute. Leute, ist doch geil hier. Keine Lösung. Glaubt, glaubt, gibt keine Antwort. Gibt keinen Zeitenschalter. Verdammt, ich muss hier wohl sterben. Aand it's done. Oh, tschüss. Herz. Die Stimmen sind allerdings eigenartig. Wie schreibt man diese Notiz? Der ist gut. Und da ist die ominöse Lampe. Bist du da? Bitte sag etwas. Irgendwas, ich muss nur irgendwas von dir hören. Sprich mit mir, bitte. Warum fällt das jetzt schon schwer zu sprechen? Sprich, 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 sprich. Sprich mit mir. Da ist ein Brunnen. Ich weiß nicht, ob er von dem Brunnen halten soll, aber da drüben geht es weiter. Komm ich da raus? Ich komme da raus. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob er in der Innenarchitektur ist. Nicht mein Typ. Aber okay. Wer es mag. Und das wiederholt sich. Hatte jetzt schon kurz die Angst, dass das wie Anti-Chamber ist, wo man zurückgegeben. Aha. Das ist cool. Welche Möbel sollen in die Raum, bitte? In die Raum, bitte. Ein Fernseh-Surround-Sound. Ein Kühlschrank. Mach ein großes Loch in den Boden. Komm. So ein Raum gehört auf jeden Fall ein großes Loch. Das ist für dich ein großes Loch. Was mit der Wand? Das ist für dich ein großes Loch. Ein Tisch. Entweder ist das Kacke übersetzt oder Kacke. Hatte ein großes Bild von einem Pferd. Ich hätte ja gern eine Waschmaschine. Zehn Öfen in einer Reihe an der Wand. Bitte eine Waschmaschine. Das ist keine Waschmaschine. Das Raum braucht etwas zum Auflockern. Dachfenster. Ein ganzes Panoramafenster an der Decke, damit etwas Lichter reinkommt. Ich denke da ein ordentlicher 15er LED-Einbaustrahler mit fluoreszierendem Rand. Wir stellen Tesla-Spulen in jede Ecke. Cool. Das cool hat mich überzeugt. Oh, Tesla-Spulen. Und ein Tisch. Wir brauchen einen Tisch. Wer bist du? Und was machst du das? Ich bin ziemlich sicher, dass keine meiner Entscheidung irgendwas bewirkt. Tische wurden 1935 erfunden. Das weiß doch jeder. Ah, ich sehe das 1935 an dem Tisch. Oh. Es gibt ein bisschen mehr zu diesem, aber trotzdem ist es nichts mehr zu kommunikieren. Es ist einfach nur weirrt, um weirrt. Es ist einfach nur weirrt, um weirrt. Es ist einfach nur weirrt, um weirrt zu sein. Er schnimmt es und beginnt es. Diese Zeit kommt er an der Prisodidee aus einer anderen Richtung. Okay. Hallo, bitte geh vorwärts. Diese Anleitung kommst du aus jedem Gefängnis heraus. Folge den Anweisungen genau. Vergiss keinen Schritt. Zuerst musst du auf diesen Tisch klicken. Gut. Jetzt geh zum Foto-Ram und dreh ihn leicht nach rechts. Jetzt schalte die Stehlampe in diesem Raum aus und wieder ein. Jetzt geh zum linken Sofa vor Rücke erst ein bisschen. Was? Warte mal. Damit ich mir das merke. Tisch. Bild. Stehlampe ein-aus. Linke Sofa. Und schließe, berühr noch die Regale. Kann ich das jetzt auch? Aufdannend. Sind Regale? Ach, die Regale. Das ist es. In einem echten Gefängnis ist der Fluchtweg nun frei. Geh zurück zum Anfang, um wieder zurück in dein Gefängnis gebracht zu werden. Ah, eine Fußmatte. Interessant. Ah. Und natürlich. Jetzt ist die Tafel weg und du kannst nicht die Reihe von Events zu erheben. Böse. Das ist gut. Ich denke, es ist verrückt zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu einer Person, sozusagen, unverlässig durch ihre Arbeit. Und für was? Wie, an welchen Moment, du einfach sagst, Eh, vielleicht gibt es eine Game Ideen, außerhalb dieser Prism, dass ich hier arbeite. Das ist gut. Aber Tota hat das Gefühl, dass du dich zu stoppen. Das bestimmte Mechanismus von Defense gegen dich. Without es, du einfach spierst. Und so, er geht, und geht, und geht, und geht, und geht, und geht. Und er hat es gefällt. 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 Er hat es zu stoppen, zu machen, zu Prism. Das ist die letzte Version des Prism-Game, das er hat. Und die Grund, warum ich glaube, es funktioniert, ist, dass die Prism nicht in der eigentliche. Okay, hinter mir ist nichts. Das soll das gleiche Spiel sein. Die gleiche Idee. Das ist lustig, wenn man so darüber nachdenkt. Er macht einfach das gleiche Spiel immer und immer wieder. Ja, nur ein bisschen anders, was ihm gerade einfällt. Und dann kommt sowas dabei raus, anscheinend. Hallo, da ist das. Hey, ich bin's. Ich bin du. Nach der Flucht aus dem Gefängnis. Du bist ich? Du warst also auch in diesem Gefängnis gefangen? Ja, ich war in dem Möbel-Labyrinth. Ich war im Fluchtlehrgang. Ich war im Rückwärtsgefängnis. Das ist, was Coda will, ist, um zu sprechen zu jemandem, um zu erzählen, was auf seiner Meinung ist, und um ein paar gute Ideen von jemandem zu wissen. Aber die Ironie ist, dass, selbst in diesem Szenario, du sprichst immer mit dir selbst. Du weißt, all diese Spiels, die Coda spricht mit dir selbst. Äh, wo war ich denn? Rückwärtsgefängnis? Rückwärtsgefängnis war ich auch ganz am Anfang. Ich war im Möbel-Labyrinth, das weiß ich noch. Da bin ich jetzt gerade. Bin ich so froh, dazu zu wissen, dass ich hier irgendwann rauskomme. Wie ist das, frei zu sein? Äh, eigentlich habe ich schon fast vergessen, wie es war, eingesperrt zu sein. Komischerweise vermisse ich ein wenig das Gefängnis. Fühlt sich an, wie wenn man völlig regnungslos ist und sich gleichzeitig wild bewegt. Was? Ich nehme einfach eins. Echt? Wie lange bist du schon draußen? Jahre. Ich stehe hier und habe mir allen Mut genommen, um mit dir zu reden. Erst ein paar Minuten, aber es ist fast, als wäre es schon viel länger. So, als wäre es nie passiert. Bin ehrlich. Aber das ist das Schlimme und Unschönste, was ich je durchgemacht habe. Wie kannst du sowas noch vergessen? Ich kann dir sagen, es ist nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst. Man vergisst es einfach. Man identifiziert sich nur nicht mehr damit. Wenn man tief drin steckt, kann alles wie eine Unendlichkeit wirken. Das Letzte ist äußerst deprimierend, muss ich sagen. Nehmen wir das Erste. Moment, wenn du ich bist, hast du da drinnen einen Anruf von einer anderen Version von dir selbst bekommen? Nein, ich glaube, ich bin die erste Person, die zurückruft. Ja, ich wurde angerufen. So bin ich entkommen. Das ist jetzt interessant. Wir nehmen das Zeitparadoxon. Nein, ich habe keinen Anruf bekommen. Kannst du mir dann sagen, wie man rauskommt? Vielleicht kann ich kommen und dich suchen. Was muss ich tun? Um rauszukommen muss es dir nur ernst sein. Um rauszukommen musst du mir sagen, wie du dich gerade fühlst. Um rauszukommen musst du nur ein bisschen mit mir reden. Will ich reden? Sag mir deine Gefühle. Sag mir deine Gefühle. Was? So komme ich frei? Wie funktioniert das?